Musik Ich freue mich, dass heute doch so viele, die gekommen sind, ganz besonders begrüßen möchte ich, bevor es sich losgeht, noch die Familie Piller, das älteste Ehepaar Manningens. Es freut mich ganz, ganz besonders, dass Sie heute hier anwesend sind und natürlich, dass unsere Leute aus den Demenz-WGs wieder eingeladen wurden. Die haben einen Wort Spaß. Wir sitzen hier an der linken Seite. Wir sitzen hier an der linken Seite. Wir sitzen hier an der linken Seite. Musik 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 Du bist keine Frau, die mich der Liebe erspielt. Weil du meine Ziele streichen kannst, habe ich vor Tränen keine Angst. Denn dein Herz schlägt nur für mich, ich weiß genau, ich liebe dich. Alles, was ich will, das bist nur du, du allein hörst meinem Herzen zu. Und ich werd' dich halten, wenn ich kann, ein Leben lang. Wenn du gar nicht freust mich, willst du es wieder nicht. Du hast in meinem Herzen tausend Frauen die Römer gefüllt. Ich fühl' dich unter meiner Frau, ich brauch' dich viel zu sehr. Und wenn du nicht da wärst, ist mein Leben leer. Weil du meine Ziele streichen kannst, habe ich vor Tränen keine Angst. Denn dein Herz schlägt nur für mich, ich weiß genau, ich liebe dich. Alles, was ich will, das bist nur du, du allein hörst meinem Herzen zu. Und ich werd' dich halten, wenn ich kann, ein Leben lang. Weil du meine Ziele streichen kannst, habe ich vor Tränen keine Angst. Denn dein Herz schlägt nur für mich, ich weiß genau, ich liebe dich. Alles, was ich will, das bist nur du. Du allein hörst meinem Herzen zu. Und ich werd' dich halten, wenn ich kann, ein Leben lang. Und ich werd' dich halten, wenn ich kann, ein Leben lang. Und ich werd' dich halten, wenn ich kann, ein Leben lang. Ich werde' dich halten, wenn ich kann, ein Leben lang. Vielen Dank. Danke schön.